Ja, ist denn schon wieder Oktoberfestzeit in Eppan? Na, aber die Organisatoren geben im Winter keine Ruhe und deshalb gibt's am Samstag, 21. Jänner, den ersten Eppaner Dirndlball. Die Musi machen die Volksrock und sonst gibt's auch noch ein paar musikalische Überraschungen. Mit Dirndl und Lederhosen bis bestens aufkommen, aber reservieren musst, sonst bist du nicht sicher mit dabei. eppaner-dirndlball.com Erster Eppaner Dirndlball, das wär der Gaudi!